Gönn dir, die 10. Staffel von Modern Family in Free-TV-Premiere. Mehr Leidenschaft. Hört auf zu kämpfen oder was das da sein soll. Mehr Sinnlichkeit. Sieh dein T-Shirt aus. Was? Mehr Entgleisung. Wir hatten Bock auf ne Baby-Party. Gönn dir, Modern Family, die Free-TV-Premiere der 10. Staffel. Nächste Woche, Montag bis Freitag, 20 Uhr. Nur auf Comedy Central. Und zur Einstimmung auf die neue Staffel Modern Family zeigen wir euch am Neujahrstag die komplette neunte Staffel. Besser kann man den Silvester-Hangover nicht bekämpfen. Modern Family, die komplette neunte Staffel. Am Neujahrstag ab 12.45 Uhr.